Ja, finde ich ganz gut. Für die Umwelt und wenn man Österreich betrachtet, ist es eigentlich schon relevant. Es ist schon gut. Aber selber würde ich es nicht gerne haben wollen. Wenn man ehrlich ist, ist es das Einzige, was uns weiterhilft, weil man steht eh bloß im Stau. Die rechte Spur ist mit LKWs voll und von der Sicherheit her würde ich es begrüßen. Vor 20 Jahren hätte ich was anderes gesagt. Man muss nur ins Ausland fahren, das funktioniert hervorragend. Das ist politisch gewollt, weil die Industrie die teuren und schnellen Autos verkaufen will. Die allgemeine Beschränkung auf 130 ist jetzt nicht mehr ein Ding. Man möchte uns auch mal trotzdem ein bisschen schneller fahren, auch wenn es geht. Ich fahre sowieso nicht schneller. Nur positiv zu sehen, wie es jetzt kommt. Weil der Verkehr besser fließt, als durch dieses dauernde Beschleunigen, Bremsen, Beschleunigen, Bremsen. Also so eine konstante Geschwindigkeit meiner Meinung nach ist besser. ... ... ... Vielen Dank.